Wie weit würdest du für einen toten Freund gehen? Er musste alles mit ansehen und wurde zu Unrecht verurteilt. Unser Ziel? Rache. Er hat unseren Freund Toni umgebracht. Und das ist etwas, was wir niemals vergeben können. Die Cops mischen mit und der Jäger wird zum Gejagten. Fress Leier, Idioten! Oh, wie haben sie mit King Kai zu tun? Ich prügel dir deine Fresse, mein Schild. Adam! Egal wo du dich versteckst, ich werde dich finden. Uns beiden war doch klar, dass dies hier sowieso nicht einfach werden wird. Ich habe mir die Fresse, mein Schild. Ich werde mich nicht mehr verif�erniger. Ich werde dich verletiten. Er ist vielleicht ein Schild. Ich werde mich nicht mehr verwandlen, sondern ich werde dich nicht mehr verletiten. Ich werde dich dein Schild. Ich werde dich gefragt, wie du deine Schild. Untertitelung des ZDF, 2020